recht herzlich willkommen zur 59 folge von grand age mit evil wir sind wieder im spiel und werden jetzt hier gerade wieder mal losfahren sollte man treffen dann geht es auch los wir sind unterwegs hier zum händler der händler ist da und milos hat waren mit lieber da verkaufen oder 6 hier geht ein bisschen was runter gut da geht auf jeden fall auch was sogar alles okay nicht ganz so viel aber gar nichts für den preis wir haben 55 jahr kommen das machen 300 der stoff kommt komplett weg hier sind wir auch ganz gut aufgesteckt wie hier weg geht nicht viel oder doch jedoch was hätte ich jetzt nicht gedacht ich dachte geht sofort runter ok ok kann alles weg für den preis war ja und die steine gehen auch welche weg kommen dann alle weg für den preis geht's ok mitnehmen könnte man tun 30 hat man die ich glaube die hat man nicht kohle für 80 kann man hier kaufen und wir haben so verkauft das ist ja auch nichts da hier wäre es jetzt für 80 so so 80 ist da bei 104 einkaufen machen wir ja der rest jeder steigt bestimmt sofort genau das dann mal verkauft die ging sofort hoch gut dann war es das da gehen wir runter erst nach hier hin ja noch jetzt und über geld haben wir 935.000 haben so gucken dass wir da jetzt mal nach unten wieder hinkommen und gucken ob wir den jetzt besänftigen können so hier können wir kaufen aber nicht zu dem preis also einen kannst du zu 830 einkaufen wie sehe ich das nicht dann kostet schon 100 also nicht interessant 180 brot geht zwei schnitten können wir drei schnitten wenn wir kaufen 140 geht ein bisschen mehr sehen hier geht was runter 5 hier geht auch was ja zu fast 250 können wir einkaufen neuner das werden wir hier los alle 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 immer noch was los bei der wolle zähne und hier könnte auch was gehen da irgendwo die kommt 40 so mitnehmen haben wir hier was so hier und da hier könnte vielleicht noch was gehen ja geht auch 12 134 oh das geht sogar auch ne der preis ist schon oben also brauchen wir nicht okay nächstes ziel hier kreinowa gehen wir dahin sind jetzt bei 142 gut da kommt darunter der händler budapest wäre auch erreichbar ok 1050 ist teuer das brot ist auch teuer gut können wir loswerden da geht was zwei stück fälle da wollen wir dann nicht das salz geht komplett wir schauen wir jetzt im angebot aber zu teuer und dass der gleiche preis geht sogar noch billiger wie wir sehen dann kommen wir für billiger ein das grund nicht lassen war das ist hier auch billiger das ist ja auch günstig wenn wir mit und hier ist auch billiger wie wir haben können eigentlich auch mitnehmen nehmen wir die 6 mit das haben wir schon zugekauft na gut dann war es das hier immer nach und so war und wie das auch immer heißt und so die sind hier günstig 630 kriegen acht stück von mit hier kann was verkaufen alles so war das lohnt mich das ist wäre ok 60 können nur ein paar kaufen ein paar fische 707 stück können wir hier kommen da geht ein bisschen was weg wenn es nur sechse sind ja der preis wird sich ändern da brauchen wir gar nicht versuchen dann das 180 ja 12 stück mitnehmen hier wäre er zu verkaufen da kommen fünf stück weg hier können wir noch was und nicht hier geht auch nicht so viel wollen wir auch nicht machen gott sind wir dadurch dann geht es nach so viel runter da sind auch unsere truppen die sind erholt so wie das aussieht die schicken wir mal da da so und das können wir wieder verkaufen 112 144 ne ist nicht das lohnt auch nicht dass der gleiche preis hier geht vielleicht was aber lohnt tut das auch nicht kommen paar wieder das auch da geht der preis gleich so runter aber ist noch ok denke ich können jetzt im karo vollpacken hole machen wir noch dann geht es doch nicht mehr kommen nehmen wir mit egal wenn sie auch nicht drauf geachtet aber es geht dann nach ala sind wir schon auf millionen noch lange nicht stellt sich die frage wie das da geht da geht ein bisschen was vier stück weg die kümmer kaufen alle hat sich das ja nicht gelohnt was so wagen ist so voll alles klar fisch geht hier weg da kommen 20 weg und hier geht auch weg 72 kommt zock 480 ist hoch etwas 300 ist hoch aber da da kommen drei stück weg 134 war auch hoch zähne das lohnt nicht hier können wir was mitnehmen 45 45 das bier 440 nehmen wir mit tonig können wir noch zulegen wagen voll wagen voll gut alle haben dann gehen wir noch mal athen und mystras momentan ist nicht mehr geworden mit dem geld aber schwachen brauchen wir nicht und nicht lohnt komplett lohnt nicht da geht was früchte das ist immer ein guter deal wahrscheinlich gewesen kommen wir gleich an die millionen rande da ist ja gleich gleich hier geht was 100 stück davon kohle kannst du noch zukaufen in dem sinne brauchen aber nicht hier geht noch was zum kaufen passt verkauft noch nicht auch nicht aber ordentlich stoffe zu kaufen hier können wir noch ein bisschen bier kaufen kann aber jetzt ist der wagen voll dann fahren wir da runter gucken da unten nach dann sind wir wieder unter eine million 234 kommt zwar 20 ist gut das lohnt nicht hier können wir vielleicht kaufen ja auch nur das was verkauft haben müssen also los werden verkaufen 100 da sind immerhin 505 stück 5 mal 100 sind 500 grünen was sie eigentlich nicht lohnt hier lohnt sich mehr 45 weg damit kann noch zukaufen das können wir verkaufen nochmal 45 hier geht auch was 14 hier geht auch was 3 so da geht noch was zukaufen ja 28 dabei und der honig wäre noch ganz interessant und hier geht noch was ja noch mal 8 da sind wir schon günstiger können wir so lassen ok gehen wir mal dahin oder wenn wir angegriffen von wem schon erledigt das war ein spieler von ihm ja na würde ich sagen die millionen haben wir jetzt noch nicht das war nix wenn es lohnt nicht kommen zwei davon weg hier geht was alles lohnt nicht hier geht wieder was auch cool das passt schon ja hier können wir zukaufen da können wir auch zu kaufen passt hier geht auch mal was dankvoll gut dann noch nach arlau hoch dann werden wir mal gucken oder was los werden ja lohnt sich wahrscheinlich auch nicht lassen wir hier geht was alles nämlich hier können wir zukaufen aber zum schluss ja nochmal die 12 und die 14 200 ist schon okay das geht nicht da geht vielleicht was man macht die vier weg das lohnt nicht so zu kaufen wäre hier und hier den honig kaufen wir ein und vielleicht geht noch bier ne wagen ist voll alles klar mal darüber und ich glaube wir gucken jetzt aber hier mal gerade vorbei ne das wollte man ja gar nicht machen sonst steht jetzt blödsinn gemacht so diplomatie angebot unterbreiten sympathie 50 hinzufügen und da müssen wir so reinklicken machen wir mal 500.000 ok und wir fordern sympathie bündnis aber statt was wie stadt würde auch gehen 80 prozent haben ok dann geht das natürlich nicht ja sympathie müssen wir haben gut kommt zack und vorschlagen 16 das ist also abgemacht ja unsere truppen haben einen tod geschickt ne oder flucht können wir machen jetzt haben wir die natürlich da reingebracht ja die hat es erledigt da haben wir eben geschlafen auf deutsch gesagt und die hätten wir natürlich auch vorher wegbringen können naja kommen dann müssen wir jetzt hier wieder truppen ausheben landwehr aber nicht axtkämpfer bogenschützen späer pferdeburg landwehr das ist nix da will man einheit von aus schützen auch noch späer brauchen wir nicht pferdeburg naja ok und ja das lassen wir erstmal so gut sein so 65 prozent hatten wir gerade sympathie mit ihm da unten hingekriegt irgendwann müssen wir mal gucken dass wir da nein 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 bloß nicht ihr sollt in der stadt bleiben wenn dann brauche ich Milos der ist da ne ne der ist da Milos ist da gut ok den schicken wir jetzt nach hier aber da machen wir in der nächsten folge weiter ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss